Für das Shooting verantwortlich bei Kanada, Cassius Robertson, einer ihrer guten Schützen, hat auch absagen müssen. Jetzt hier eine Verteidigungsvariante der Kanadier aus der Auszeit raus, interessant. Aber ein Defensivspezialist wie Fernandes hat da sicherlich einiges im Köcher. Die Uhr läuft runter, aber sie kriegen einen völlig freien Wurf von Obst. Geduldig!